Doch gleich müssen sie beweisen, dass sie alles andere als nostalgische Bummel-Touristen sind. Während Niki Juice und Axel Schulz noch ihren Austritt proben, letzte Gelegenheit sich zu erleichtern. Und dann geht es los. Ich bin glücklich, dass ich da nicht mitmachen muss. Der erste Kilometer mit der Eisenbahnschiene ist schon grausam. Schlimmer wird es am 10 Meter breiten Wassertümpel, der nach dem stundenlangen Daueregen ein riesiges Schlammloch ist. Anfeuern auf den letzten Kilometern. Bis zum Ziel auf dem Burghof schaffen es nur die ganz Harten. Immer dabei Axel Schulz, Moderator und bester Kumpel für die Männer. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, wie du einen gegrößtet hast, der nicht so weit gekommen ist. Bist du denn also nicht nur Moderator, sondern auch psychologischer Coach und Motivator für die Jungs? Nee, das mache ich ja einfach von so einfach normal heraus. Also ich finde es einfach schön, mit Leuten zu reden. Und wenn ich gerade dachte, welche, die sympathisch sind, da redet man natürlich ein bisschen länger. Also da muss auch keine Kamera dabei sein. Und dann tut es denen schon leid, wenn man sagt, schade, beim nächsten Wettkampf hast du vielleicht noch eine Chance gehabt oder so was. Und das ist einfach auch dann ein bisschen traurig mit drin, weil die Leute nehmen sich so viel vor. Und wenn es dann nicht reicht, ist es schon ein bisschen schade. Das finde ich mir natürlich sehr gut. Am Anfang vom Rennen war es etwas anders, aber ich sehe, wie es war ja auch etwas ganz gut auf sein, ganz ehrlich. Aber jetzt im Nachhinein muss ich schon schön was. Der härteste Wettkampf im deutschen Fernsehen. Jeden Sonntagabend ab 20.15 Uhr bei RTL 2. In den nächsten sieben Wochen wird sich entscheiden, wer Deutschlands Megaman 2002 ist. Und was muss nach starken Männern kommen? Klar, schöne Frage.